Mit der richtigen Ernährung und gesunden Lebensgewohnheiten kann die Gesundheit von Leber- und Bauchspeicheldüse geschützt werden. Lebererkrankungen wie Fettleber sind weit verbreitet. Deshalb ist es wichtig, mehr frisches Obst und Gemüse in den Ernährungsplan aufzunehmen, damit es gar nicht erst so weit kommt. Heute empfehlen wir dir leckere Smoothies, die du täglich trinken kannst, um deine Leber und deine allgemeine Gesundheit zu schützen. Lies weiter, um mehr darüber zu erfahren. Leber- und Bauchspeicheldüse werden dir über die vielen Antioxidantien in diesem Smoothie sehr dankbar sein. Wenn du außerdem entschlackende und entzündungshemmende Nahrungsmittel hinzugibst, wie Z, B, Celery und Papaya, förderst du die Ausleitung von Schadstoffen, die diesen Organen sehr schaden können. Lesetipp Welche Vorzüge hat Zitronenwasser am Morgen? Dieser Smoothie wird im Laufe des Tages getrunken. Damit kann die Leberfunktion verbessert und die Bauchspeicheldüse gepflegt werden. Trinke 1 Tasse morgens auf leeren Magen und jeweils eine Tasse 20 Minuten vor jeder Mahlzeit. Dieser Smoothie wird dir sehr gut tun. Lesetipp 6 Symptome bei Erkrankungen der Bauchspeicheldüse Dieser Smoothie ist nicht nur für Leber- und Bauchspeicheldüse sehr gesund. Er schmeckt auch wahnsinnig lecker. Er hat eine besonders orangene Farbe und ist reich an phytochemischen Elementen, Vitaminen und Mineralien, die deinen Organismus entschlacken und diese so wichtigen Organe schützen. Probiere dieses Getränk für dein nächstes Frühstück und du wirst darauf nicht mehr verzichten wollen. Mehr zählt im Thema 6 Lebensmittel Wie bei Fettleber konsumiert werden sollten, dieser Smoothie empfiehlt sich am Abend. Trinke ihn langsam und gemütlich. Rosenkohl gehört zu den Kreuzblütlern, die Leber- und Bauchspeicheldüse stärken. Wenn du außerdem Sellerie, der entschlacken wirkt, und die vitaminreichen Karotten hinzufügst, erhältst du ein sehr wirksames und gesundes Getränk. Probiere alle Smoothies und wähle selbst aus, welcher dir am besten schmeckt und bekommt. Jede Variante ist eine hervorragende Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung und gesunden Lebensgewohnheiten, um Leber- und Bauchspeicheldüse zu pflegen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.